Hier ist eine Route 1986, jetzt willkommen zu Brandon's Dogma Part 52 Jetzt gehts da weiter wo wir aufgehört haben Los gehts Jetzt ver... Jetzt geh schon lassen, Schell! Los, Alter! Oh, Schell! Geh' ich ihn an! Weg! Schnauert sie! Kläffen den Köpers! So Hm Kannst du Rand halten, du? Drecks Kläffer Ah ja, hier sind wir Hier rum müssen wir jetzt Ja, Bingo wissen richtig Ja, Bingo wissen richtig Nein! Alter! Hier Dreckstöne, jetzt hau' doch mal! Ab hier verflüssigst du! Alter, schwindet er nicht mal! Nein! Er ist weg! Nein, ich bin weg! Nein! Nein, ich bin weg! Nein, ich bin weg! Also, ich bin weg! Nein! Ich bin weg! Ich bin weg! und da sind wir gerade geheilt so ja eh mich auch alter eh mich auch so mal gucken jetzt habe ich es richtig jawoll wir befinden uns richtig auf dem weg Freunde kommt ok die Dreckstöne jetzt hauen die mich ab hier jetzt schuldige Dreckstöne ey jetzt lass mich hin woa alter super Leute Dreckstöne sorry aber das ist einfach so jetzt oh jetzt lass mich los alter du willst echt auf die Fresse haben kannst du gerne haben Junge jetzt reicht's jetzt hau doch mal an die Mistviecher ja ernsthaft jetzt ja euch wieder verpissen ey was soll der Scheiß jetzt jetzt hau ab hier oder ja jetzt ja 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 ist ja ja ich ja 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 ich ja ja ich Meine Güte, Alter. Entschuldigung, YouTube, bitte nicht, man kann das spielen, das ist nicht erstgermann, das ist die Reaktion nicht also, das war nur ein witzes, nur gespielter Ding das habe ich jetzt auch hingehalten hier seht ihr, ich wechsle immer zwischen hin und her ich wechsle immer zwischen den ganzen Waffen, immer mal auch hin und her, wie ihr gerade merkt und ich werde auch noch andere Sachen tun Sturm Böhntal, genau da, wo wir hinwollten das Sturm Böhntal und das Trinken da hinten rein, jawohl Danke, Arrow eigentlich ist man richtig, Freunde ja, Alter so na, also Leute, wir haben's ok jetzt kann ich jetzt wieder ein bisschen rennen hier das ist jetzt alles oben Ja, der ist oft zu zaubern hier, Alter, auch oft zu nerven, Alter! Ihr wisst schon, dass ich gerade am Nerven seid, eben, warum Scheiß? Ah, okay, das ist der Held, perfekt. So. Auf. So. Auf, fast nur. So, hier noch schnell Späumen und alles. So. Okay. Oh, come on, Alter. Junge. Hör auf jetzt, okay? Oh, come on, Hör auf jetzt. So. So. Oh, was sind die zwei schon da? So. Ja, komm, Hör auf jetzt, jetzt bescheiden wir auch, ja. Alter. Ja, das ist immer nur die zwei. Oh, die zwei, die hier sind verfassert. Alter. Junge. Komm, lass er runter, du bist nicht mehr. So, das können wir vergessen, Leute. Nix da. Ja, ich bin gar nicht mehr. Du bist da. Ja, da warst du. Alter! Nein, wir können nicht mehr, Hör auf die Fläche. Ja, ich kann es klingen. Oh ne, Alter, jetzt komm doch einfach her und herkommen, 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 herkommen Ja, ihr seid so behindert, wisst ihr das? Er ist genauso doof, Alter, nein, lass, jetzt kommt her, jetzt komm doch mal, hey, verdammt Noch eins, komm her, Arrow, ich werde jetzt ins Böse langsam, Alter Was, Mist, Junge, was? Hört auf jetzt zu übertreiben jetzt, Alter, das nervt langsam Übertreiben jetzt nicht, Alter Meine Güte, Alter, wie die immer am übertreiben sind wieder hier Endlich Hört uns auf, Alter, ich kann uns so übertreiben, ey, gerade So, komm her, Freundchen, ich bin tot, Alter Du, hier trete ich doch um, Alter Ernsthaft, gerade Jetzt stehe ich doch auf, Alter Ach, Alter, ich bin tot, Alter Ich bin tot, Alter, ich bin tot, Alter So, erstmal euch alle wieder hier, auf Vordermann, wie mich auch. Du, der Riesen-Schwert, hau ab, Alter. Junge, jetzt fang mich hier ab, Alter. Du, jetzt verreckt doch mal, wenn sich hier in deinem Luschen wäre. Alle mal herkommen. Hm, schwindelig immer. Ihr Penner, Alter, ihr verlausten Penner, ey. Ich hab echte Probleme jetzt. So, jetzt muss ich schnell helfen, dass ich hier, deswegen, weil dann kann ich nicht immer in der Nähe sein, deswegen ist das, dieser Mantel, was ich da hab, auch einfach am besten. Deswegen finde ich den Mund dann doch so richtig geil. Okay. Okay. Dann, okay. Okay. Dann, okay. Alter, auf meine Opa, auf meine Leute zu schießen, okay? Ernsthaft, Alter. So ein Penner, ey. Jawohl. So. Weiter geht's, endlich hell alles. Leute, vorsichtig, mit hier hochkommen, einfach mit hier hochkommen, ohne Aufsehen zu erregen, einfach hier hochkommen, Leute. Okay. So. 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 Ok. Ja. und hier kann man auch noch kommen keine Angst Leute machen wir noch dann hier weiter Freunde so dass wir einen ganzen Strich eine Weile geschafft haben damit so ernsthaft jetzt gerade aber egal wir haben es jetzt fast wieder durchgeklar ich finde es echt cool wie weit das wir wieder gekommen sind in dem ganzen Spiel hier kurz hier rein ok Leute kommt rein die Schmuggler Passage ok ok erstmal kurz hier hinten umgucken wow mhm okay so und gehen wir mal kurz hier runter so und gehen wir mal kurz hier runter ok 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 Oh, hier trinke ich doch einfach mal um, Alter, was machst du für'n Scheiß? So, und das ist wirklich leider. So, okay. Also, wirklich? Das ist voll, was ich mir ganz gut ver học. Mh, so, ich muss mich mal. So, ich habe hier vier, wo ich überhaupt nicht verletzt bin. Jetzt, ich kann mich nicht verletzen. Oh, das ist nicht so. Oh, geil, genial Und Leute So Damit haben wir das alles jetzt Hier haben wir auch schon Haben wir auch schon Haben wir auch schon Da haben wir auch schon Ja, Alter Was, wie, wo, weshalb Ah, hier So Schuhe Große Gebäude Perfekt Sie ist verschlossen Euch fehlen da passende Schlüssel Ja, okay Ich werde dich beschützen Ich werde dich beschützen Es wird das Werk der dunklen Magie sein Oh Leute zurück Rückzug Guck Ich kriege hier nicht mehr alle Schöne auf, egal Hm Nein Hier Da muss man dann Anders mal wieder herkommen Wenn was ist Gut Dann bin ich jetzt hier im Part Und Und Ich werde dich beschützen